Stopp, noch nicht! Ich hab den Anfang nicht mitbekommen! Ja, läuft! Aufnahme gebombt! Wuhu! Ansage gebombt! Ansage ge... gecrashed! Naja, eigentlich brischt die ganze Treppe. Und damit, willkommen zurück bei Dead Island! Heute ist Halloween! Das heißt, wenn ihr die Folge seht, nicht mehr, aber... trotzdem... Äh, kannst du den... anfangen, aber ich hab den Anfang nicht ganz verstanden. 3... 2... 1... Das ist wirklich... Not far from here is a market. The problem is, it was overrun by one of the Rossum-Gangs. They'll kill Yers Crick is living here. Oh, I know a way through the sewers. It's not an easy trick. Wuhu! Kann ich hier mal aufhören? Was? Nein? Alles gut? Äh, besorge Vorräte im Supermarkt. Schwierigkeitsgut... 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 Der Supermarkt! Der Supermarkt! Ja, ist klar! Der Supermarkt ist für denjenigen, den sehr wenigen wissen. Gehe nach unten, spreche mit dem Gott der Tür. Ich geh da jetzt heulen, ne? Wenn du ihm ein kleines Fieber... Das ist der einzige... Oh Gott! Und um das mal ganz kurz verständlich für euch zu machen... Wir Idioten sind gerade vor der Aufnahme durch diese scheiß Kanalisation gerannt... ...und haben diesen scheiß Eingang zum Supermarkt gesucht, weil wir was gucken wollten... ...und die nicht gefunden. Und jetzt geht's halt hier lang. Ich sollte niemanden kaufen lassen, aber ich könnte ein blindes Eingang... ...wenn du... ...denn... ...denn... Suche Alkohol und bringe ihn in der Wache! Hab ich! Ich auch! Ich bin hier, nach dem Zeitpunkt der Guardian ist... ...und nicht mehr abhauen, um zu pissen! Wir... Ich meine, es ist ja eigentlich keine Bestechung, wir machen ihn ja eher betrunken, oder? Wenn wir jetzt Alkohol geben... ...und wenn wir jetzt Alkohol geben... ...Kalons! Wenn du wüsstest, was ich die ganze Zeit mache... ...wenn du wüsstest, was ich die ganze Zeit mache... ...wenn du sicher, dass ich die Titten stammen... ...wie ein Blasen? Willst du es tun? Leute! So, wir können durch! Herr Vortex, das... ...macht man gar nicht! Warum sind Kinder anwesend? Außer mir! So, nochmal letzte Chance zu reparieren, basteln... ...mach hier mal die Tricks zu, damit es keiner sieht! Zu spät, ich hab schon gedrückt! Ah, da geht's in den Supermarkt, also auf den Weg dahin! Alles wartet wieder auf Vortex! Das war doch die falsche kleine Realisation! Hm, ich hab doch gesagt, ich will mich noch was basteln! Ja, ist doch gut! Fuck euch doch nicht! Alter, ich hab mich grad gedreht, Alter! Ich auch! Ja, ihr habt euch bei mir beide gedreht, nur ich irgendwie nicht! Wir gehen nicht durch die Tür, wir drehen uns einfach... ...und dann so machen wir so Teleportation, so... ...pupu! ...diese Anime so... ...grüne Zahlen! Das sieht jetzt auch definitiv, äh... ...wieder richtig aus! Oh, der ist tot! Wartet doch mal, bis ich auch da bin! Du musst immer so lange! Geht nicht, ihr war ein Zombie, der mich grad den Kopf weggetreten hat... ...und der Kopf ist explodiert und ja, äh... Ja, und wir sind jetzt alle schwanger! Guck mal, hier ist ein weißes Zeuge auf dem Boot, was auch immer das ist! Wow! Aus irgendeinem Grund möchte ich nicht freiwillig da rein! Ich auch nicht! Ich glaub nämlich, dass das giftig ist! Vorsicht, Zombie hinter dir! Ich geh hier draußen rum! Was? Hinter mir? Ach, da! Ich hab grad eben mit 300 nochmal Schaden kritisch weggetreten! Oh, guck mal, hier ist ein Kühlschrank! Mit Energydrinks drin! Ich glaub nicht, dass die noch gut sind! Au, au, au! Komm, mach mal, mach mal! Kann man rein? Ja, das Wasser ist giftig! Ey, ich hab's grad getestet! Oh, lecker Energydrinks! Oh, sag ich doch! Du Kühlschrank sind welche! Ich weiß noch nicht, ob die noch gut sind! Kommt, Anna! Burn, 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 my Zombie and fire! Au, 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 au! Oh, hier ist Geld! Ein Zombie, der mich fressen will! Der Zombie will dich nicht fressen! Der Zombie will mit der Kuscheln! Der Zombie will mit der Kuscheln! Ach, deswegen ist die Matratze auch hier! Ich glaub, der will nicht nur kuscheln! Das ist so, äh... Süßes, sonst gibt's auch auch was, ne? Du hast übrigens alleine da unten sterben! Vortex! Was? Ach, hier geht da hinten hoch! Hier oben liegt ein Ausweis, Kinnas! Das heißt nicht Kinnas, das heißt Chef! Kinnas kommt mal zur Mutti, hier liegt ein Ausweis! Aaaaah! Au, ich weiß! Hier ist ein Schuler! Ich hab mein neuer... Ich hab mein neuer... Ich hab mein neuer... Ich hab hier Schäde gefunden! Warum sind hier Schäde? Ist das so lila, ne? Dann hebt ihr so Lob durch... Nein, er ist rot! Hier gehört der rote Schädel hin! Der rote gehört da hin! Merkt euch den Punkt für später! Wir werden ihn brauchen! Ich hab doch einen roten Schädel irgendwann mal aufgehoben! Hast du einen roten Schädel? Oder hab ich einen lila Schädel aufgehoben? Ich kann hier auf jeden Fall nichts machen! Also nehme ich mal nicht an, dass ich den hab, aber ich hab doch irgendwann mal einen vollgeilen Aufgehoben! Also es gibt fünf verschiedenfarbige Schädel in diesem Spiel! Und diese Schädel werden alle zu einem Schädelhaufen zugeordnet! Den ersten habt ihr jetzt grad gesehen hier in der Kanalisation! Merken! Und wenn man beide zusammenfügt, also passende Schädel zum Schädelhaufen, dann bekommt man was Nettes! Oh, nett to know! Damit meine ich kein Ü-Ei! Kein Ü-Ei, keine Schokolade! Aber ne Überraschung, oder? Hat jemand geschrien, um zu sterben? Ein Kind! Oh, wow! Okay! Oh, exploder! 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 Tschüss Talons! Wenn ihr nicht aus dem Weg geht, kann ich nicht weg! Jeder weg! Ich hab hinter der Tür gestanden! Jeder weg! Ich hab hinter der Tür gestanden! Ich konnte den anderen mehr vorbei! Vortex steht erstmal voll im Weg, während ich ihn retten will, weißt du? Hä? Ich bin bei mir zehn Meter von uns weg... Ja, du bist über ihn in den Weg gestiegen und hast mir damit den Weg versperrt, ihn zu retten! Das war jetzt Glück! Das das noch gezählt hat! Bei mir wart ihr eigentlich gar nicht in meiner Nähe! Oh, guck mal! Da oben können sie runterkotzen! Hier ist ein Runner, der sich gerade in den Kopf gestoßen hat! Hier ist ein Energy-Drück und ein Snack-Kallon! Komm mal her! Sagte sie und ich weiß nicht, wo sie ist! Hier, da! Hinten hin! Das Vortex! Ich bin hier, aber ich back da gerade im Rohr fest! Ist da noch irgendwas? Nee! Okay! Nur halt Energies! Da kann man mal kurz über die Mauer gucken! Weg mit der Mauer! Weg mit der Mauer! Weg mit der Mauer! Ach, da oben ist der Exploder! Kommt, ihr müsst einstimmen! Weg mit der Mauer! Weg mit der Mauer! Weg mit dem Exploder! Der ist weg! So gerade eben gestorben! Exploder hat's letzte Bildung! Er hat Lappen verloren! Okay! Soll ich mal Krach machen? Oh ja! Macht Krach! Die ganzen Zombies im Arsch! Ausflug zum Supermarkt! Tada! Denk dran! Da drin sind menschliche Gegner! Oh Pistole! Pistole! Ich muss mal die neue Waffe ausprobieren! Auch wenn ich nur zwei Schuss habe! Weil äh! Der Typ hat von einer Bande erzählt! Und das sind grundsätzlich menschliche Gegner! Oder ist das eine Summ... Eine Bande von Summ! Dann rennt ruhig vor! Ich brauch ja eh wieder Dinger am Ladewild schon mal! Aber rennt ruhig vor! Ich bleib jetzt hier stehen und guck erstmal was ich noch umrüsten kann! Hm ich will mal mein schönes neues Gewehr ausprobieren! Auch wenn ich nur zwei Kugeln hab! Mal schauen! Mal schauen! Oh ich hab ja ein kleines Level abgehakt! Ich hab also ich hab auch noch ne Granate! So ist das nicht! Oh ja die O-Pub hab ich auch noch irgendwo! Gut! Guter Hinweis! Ich glaub die ruste ich gerade mal aus! Wer ist das denn? Ich hab noch Molo! Ich hab noch Molo! Sogar ausgerustet sehe ich gerade! Sogar ausgerustet sehe ich gerade! Äh! Ich wackeh gerade irgendwie in die fest! Zombie Day! Oh Zombie Day! Oh Zombie Day! Damit ihr wisst wo die Waffen her sind! Ich lag jetzt in der Stadthalle! Oh! Okay das ist... Zombies! Achtung Leute! Durch! Die ist einfach durchs Rohr geglitscht! Läuft! Oh die halten aber ordentlich was aus hier drin! Und sterb einfach! Aua! So! Ich könnte ja mal Hilfe gebrauchen! Ja! Ich könnte ja mal Hilfe gebrauchen! Ja! Geht nicht! Ich bin fast tot! Bitteschön! Ja ich auch! Sieh nicht nur rot! Was macht ihr denn auch? Hätten mich keine Waffe mehr hatten! Äh! Bleib! Oh! Jetzt kann ich dir nichts wegnehmen! Während Vortex mal wieder weiter rennen! Ich steh hier rum! Ich renne! Ich... Ich bewege mich gar nicht mal! Da hinten ist übrigens ein Fettsack-Zombie! Im Talos-City-Elektrik! Ich hab'n Molo! Oder sogar die Deo-Bombe! Okay Frage geklärt und ich bin tot! Ein Hinweis wär nett gewesen! Ich stand auch da hinten! Er lebt noch! Nein ich bin tot! Er lebt in der alte Vortex noch! Lass dir einfach sterben! Ich hab' kein Medikit mehr! Da liegt eins! Jetzt hab' ich wieder eins! Er ist mir wieder da! Ja... Ich guck' euch von hinten zu wie er's macht! Ich komm' ja eh nicht ran! Ähm... Das klingt so falsch, aber gut! Wer hat denn jetzt schon wieder hier die ganzen Leichen gelootet? Weißt das nur meine Granate und ihr nehmt euch alles! Ich hab' keine einzige Leiche gelootet! Was für schön ist das? Das ist ein Polizist! Das ist ein Polizist! Also jetzt nicht mehr! Wunderfuck, ich wurde gerade weggerammt! Das ist weggerammt von einem Renner! Oh, der Werkbank! Sehr schön! Ich hab' mir Freunde, die ich nicht haben möchte! Und das Tö... Und das greift mich hier an! Ach! Das kommt schon mal vor mich! Ja, ich bin tot! Ja, ich hab' ja auch grad so glitzekleines Zombie-Problemchen! Ja, warum bleibst du denn nicht erstmal bei uns? Weil ich dachte, dass du mitkommst! Alter, ich hab' jetzt ein... Ich hab' jetzt 1.000 Dollar wegen der Scheiße verloren! Ich hab' sie getötet! Das... Hier ist noch ein Bauplan, aber rennt doch alle einfach weg! Ist okay! Bauplan! Ich sag' euch demnächst gar nicht mehr Bescheid! Stacheldraht! Das heißt... Euch! Ich bin bei dir gewesen! Ja, stimmt! Du warst da! Du bist ein guter Junge! So, was war denn das? Stacheldraht! Äh... Wo war das denn hier? Was brauch' man dafür? Großer Baseballschläger! Stockholzknüppel! Tonnenverschwerer Knüppel! Also alles, was knüppelig aussieht, damit könnt' er Stacheldraht machen! Ich hab' einen exotischen Streitkolben! Ich hab' nur kein Stacheldraht! Jetzt geh' mir doch mal aus der Linse! Meine Fresse! Stacheldraht! Wo haben wir das? Also ganz ehrlich! Die Entwickler von Dead Island haben da richtig scheiße! Hat jemand da Stacheldraht? Nein! Wir haben alle kein Stacheldraht! Ich hab' auch keine richtige Sache dafür! Ich hab' Stacheldraht, aber keinen Stacheldraht! Ich hatte den Schläger dafür! Exotischen Baseballschläger oder was das war! Ich kann' dir geben, wenn du möchtest! Ich hab' keinen Platz im Inventar, da muss ich was rauswerfen! Tauscht es doch gegeneinander! Hab' ich gerade vor! Na, ich nicht! Ich hab' ja keinen Platz! Zombie! Woah, das geht ab! Wo kommt der jetzt? Alter, der hab' ich voll den Schädel weggebollert! Aber hallo! Okay, dann tal uns halt mal kurz Wache, wir tauschen kurz! Halt mal kurz Waffe, meint esse! Wache, nicht Waffe! Halt mal kurz die Waffe! Also... Keine Ahnung! Geh' dir noch mal an! Äh, ich hab' doch! Achso! Äh, was war's? Sie kommen! Nicht! Wo ist es denn? Ich geb' dir mal die Spalt-Axt! Alter, die Spalt-Axt, Alter! Oh nein! Die Machete wollte ich dir jetzt nicht geben! Wie geh' ich... Wie geh' ich von der Machete? Ach, der wollte den... Äh, was ist jetzt passiert? Den Spalter gibt's auch in der... Ach so... Uh, den Instrument namens Spalter gibt's auch in der... in der Medizin! Hä? Ich wollte dir nur die Spalt-Axt geben! Alter, man hat sich gerade verflüchtigt, wo sie sind! Ach, da! Uiiiiiii! Uiiiiiii! Ich glaub' der ist ein bisschen ramponiert! Uiiiiiii! Uiiiiiii! Das ist so'n richtig heftigen Stacheldraht hinkriegen! Uiiiiiii! Mamiiiiiiii! Darf ich nicht gehen? Was tust du da? Ich glaube... Er hat so viele Horrorfühle geguckt. Mamiiiiiiii! Ich mag Zombie-Hirn-Essen! Hä? Mit Teigknüppeln hab' ich auch noch irgendwo einen... Ja, mein Schatz! Wir essen nachher zum Zombieren! Oh, das sieht gut aus! Und? Oh wow! Ich hab's einfach nur mit Stacheldraht umwickelt, aber scheiß bloß! Super! Hast du da noch ne Waffe? Haben wir uns? Sieh nicht so aus! Der kämpft mit bloß den Fäusten! Der ist... Der ist vom AT! Ich habe meinen Hackebeil! Möchte ich sie jetzt eigentlich auf Horror machen? Wir werden alle sterben! Ich bin dafür, wenn jemand jetzt erstmal ein Einkaufsmarken wird! Oh ja! Zombie! Zombie kriegt auch's Maul! Ich hab' einen orangenen Schädel gefunden! Haha! Zombie! Zombie Kopf ab! Weil ihr ja alle weiter rettet und nicht in die Ecken guckt! Jetzt geb' ich dir das zurück! Ja, toll! Du bist jetzt der einzigste, der den hat! Also, freu dich und halt dich klapper! Der war hier im Einkaufswagen! Was hat der Vortex? Er hat den Schädel gefunden und kriegt damit gleich einen besseren Bauplan als dir! Dann werden wir ihn wohl aufschlitzen müssen! Man kriegt für die Schädel einen besseren Bauplan? Wann? Wo? WTF? Wenn du den Schädel gleich auf den Schädelhaufen sitzt! Das hab' ich doch eben erklärt! Ja, ja! Aber wo ist denn hier ein Schädelhaufen? Dann bekommst du einen roter! Ich hab' einen orangenen! Das eben war doch rot! Ich hab' einen orange! Wir können doch auch einfach den Vortex aufschlitzen! Könnt ihr auch! Warte mal! Da sind Menschen! Das sind Zombies! Das sind Zombies! Aber die Tür geht eh irgendwie nicht auf! Die wollen doch nur spielen! Hier ist kleine Poli- Wer hat ne kleine Pistole? Hier legt Munition! Wo? Nö! Wo? 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 Er hat sich schon einer genommen! Guter hab' ich's ja! Das ist gut! Hier sind Energydrinks! Nehmt euch die! Ich bin noch zu live! Ich glaub's wird mich böse hier! Oh hier ist ne Tür! Hier! Sooo! Wo sind die feinen lieben Zombies! Und da steht einer auf! Hier sind menschliche Gegner! Was hallo uns bitte! Ich hab' menschliche Gegner gefunden! Die machen keinen netten Eindruck! Was ist denn los Sorak? Was machst du denn Vortex ey? Ich hab' eben gesagt hier ist ne Tür! Aber auf mir hat mir keine direkt neben euch! Ja ich hab' doch grad gesagt wir wollen uns erst mal umgucken! Ja ich hab' mich ja umgeguckt! Alter! Was ist denn der Witz in der Sache? Und dann schreibt ihr in die Kommentare! Ich soll mich über die beiden nicht aufreden! Mit den Spielen das ist einfach katastrophal! So jetzt gehen wir an die Tür! Oh ne Rache! Hier liegt im Übrigen noch ein Ausweis auf dem Schreibtisch irgendwo! Und ein Portemonnaie! Oh Ausweis gefunden! Danke! So passiert es nämlich, dass ihr verschiebe das Bild! Oh geil! Safe! Aber ist leer! Toll! War schneller vor mir da! Ich war's nicht! Oh menschliche Gegner! Vorsicht, Vorsicht! Wer schiebt mich denn da wieder raus?! Ich! Weil ich da raus wollte! Vortex, Alter! Weil ihr möcht' ich nen Gegner töten! Dazu muss ich raus! Ich kann jetzt schlicht durch den Rücken schießen! Ja aber doch nicht während die mir nen Kugel in den Kopf jagen! Ey, hast die Tür zugemacht! Hallo! Es sind noch 5 Stück, die ich jetzt grade aufm Radar seh! So! Wo sind sie? Ich geh sie töten! Wow, die war ja echt schnell leer, die Waffe! Mit nur einem Schuss ist das auch nicht grade, äh... Ich hatte 2 und das hat nicht gereicht! Und irgendwie werde ich grade richtig halt auseinanderlegen! Hallo und es geht auch mal aus der Schussbahn! Ich kämpfe lieber im Narkamp! Oh ne Leute, ich hab grad keine Lust mehr so weiter aufzunehmen, ganz ehrlich! Sterb! Stink da! Nicht bei menschlichen Gegnern so ne Scheiß defabrizieren! Ich probier sie doch gut! Ich treff die Arme grad irgendwie nicht, ich bin bisschen zu blöd dazu, das ist mein Problem! Er fragt mich mal! Das ist leider nicht seinbar! Ich mach die Türscheibe für euch! Okay, ich hab doch einen Getötse gekriegt mit der Pistole! Uh! Aua, 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 wo, wo, wo? Wo ist der, wo ist der hin? Hinter dir, er ist tot! Ich hab ihn erschossen! Und hat sich noch einer auf der Karte! Ich weiß noch nicht wo er ist! Ich hör ihn nur schießen! Und hat das nicht glaub ich drauf zu, oder? Ja! Und ist tot! Hier ist ne Pistole für all jene die keine haben! Scheiß ich hab kein Medi-Kit! Ich kann dir nicht hochhelfen!